Oh, okay, das wird jetzt kontrovers. Dass sie B sind, ist schon sehr lieb von mir. Die sehen einfach scheiße aus, die machen mich sauer. Ich würde einfach heulen, wenn ich die alle als Bewohner hätte. Ich schwimme gegen den Strom. Aber wie heißt nochmal die süße Maus hier? Ich muss ihren Namen wissen, sonst darf sie nicht auf B. Weil ich keine anderen Hobbys habe außer Animal Crossing, kam ich auf die glorreiche Idee, alle Animal Crossing New Horizons Bewohner zu ranken. Deswegen habt ihr hier mein offizielles Ranking, das auf jeden Fall hundertprozentig stimmt. Egal, was ihr sagt, viel Spaß. Gut, ich werde es einfach versuchen, ein bisschen scherz zu machen. Aber die Frage ist, soll ich noch ein zusätzliches Tier hinzufügen? F-Tier muss sein, ja, eigentlich schon. Ich mache es jetzt blau. So, okay, dann passt das. F ist natürlich das Schlechteste, S-Tier ist das Beste. Okay, gut. Ich versuche auch jeden Bewohnernamen zu sagen. Ich glaube, das ist Jan. You're out. Jan ist für mich C. Der ist D. Das Eichhörnchen ist B. Junge, der sieht aus, als würde ich mich umbringen. Mit dem Blick. Ich habe Angst vor I. Der startet mir direkt in meine Seele. Oh, ich mag die Ameisenbären auch nicht. D. Ist nicht Jan schon verkackt? Perfekt. Guck mal, allein wenn ich die Namen weiß, dann sind sie für mich auf jeden Fall A. Cleo. Einfach nur wegen Anker, Anker-Zone auf A. Anneliese. B. Weil sie hat so ein Japanese-Theme. Ziggy. Mag ich. Da hat man bei Amelkressin' Let's Go to the City gelebt. Mochte ihn eigentlich. Aber eigentlich ist er doof. Katharina. Müssen wir eigentlich auf F tun. Aber nur, weil ich es kann. Jasmin. Einfach nur, weil sie so heiß wie ich, muss sie auf A. Das ist natürlich klar. Benjamin. S. Ihr wisst Bescheid. Alter, der ist auch Hubertus oder so. Ganz sui, die Nummer. S hier ist natürlich klar. Sie ist lila. Ich mag lila. Ich weiß ihren Namen aber gerade nicht. Mit ihr habe ich zusammen Geburtstag, okay? Das ist Susi. Die Mausi. Die hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Das Ding B. Ach nee, der Hund ist auch ganz komisch. Okay, wir sind ein bisschen schneller. Bianca, Bianca. Bill mag ich auch. Okay, jetzt wird es langsam schwieriger, die Übersicht auch zu behalten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Clara. Süß mag ich. Birte. Auch süß mag ich. Jens. Auch süß mag ich. Henrietta. Auch süß mag ich. Strolch. War mir eher B. Strolch. S. Ist es Strolch? Ah, Strolch ist... Ah, I'm sorry. I'm sorry. Kong oder so. Ich finde den eigentlich ganz cool. Ich mache den auf C. Warte mal. Stopp. Habe ich sie verwechselt? Habe ich mit ihr Geburtstag? Nee, ich glaube nicht. Sie hat cool Lipstick. Deswegen kommt sie auf C. Hier. Ganz ehrlich, Oswald ist halt leider... Ich weiß nicht. Ich finde Oswald... Ja, komm. Ich betrüge ihn nicht. Rudi, ganz klar hier. Klasse, die. Mimi ist cool. Ah, da gucken wir zu grimmig. Sieht eigentlich auch süß aus. Sieht aus, als könnte man Spaß mit ihr haben. Sie hat eine krasse Augenentzündung. Oder ihr Blush-Placement ist komisch. Ich kann mich noch nicht entscheiden. Ich glaube, ich muss sie doch auf C machen. Oh, das geht bei ihm ab. Der sieht so schmierig aus. Käsemaus auch weg mit dir. Scheiß süß. Kommt auf A. Mich würde auch mal interessieren, wie ihr es einordnet. Weil ich bin natürlich biased, was die Rehe angeht, ne? Ich muss auch sagen, ich werde natürlich alle Rehe wahrscheinlich auf S machen. Das ist natürlich schon sehr hervorsehbar. Was haben sich die Gorilla allgemein gedacht? Ist halt wirklich so. Aber wenn ich es nochmal ehrlich ranken müsste, müsste ich eigentlich nochmal unter den Rehen ja auch nochmal ein Ranking machen. Ich projekte, dass nur die Rehbewohner auf S sind. Ja, ich muss es vielleicht am Ende auch nochmal umranken, so. Hm, Tabea. Ehrlich gesagt, hat die mich bei den Speedruns immer genervt, weil sie nicht da war, wo ich sie wollte. Ähm, Cherry ist die englische Name. Warum weiß ich nur die englischen Namen? Meine erste Bewohnerin in Animal Crossing New Horizons. Aber ehrlich gesagt, die ist trotzdem nicht cool genug gewesen. Oh, okay, das wird jetzt kontrovers. Für mich tatsächlich, Sascha, nur C. Ich konnte Sascha noch nie so viel abgewinnen. Chang, wiederum, ist mein Panda-Bär, ne? Mein Löwe, mein Bär. Anne, bei mir nur auf B. Der, ihr habt alle, na, du kommst schon auf F. Was haben sich auch bei diesen Taurus-Bewohnern gedacht? Coco kommt auf A. Alle Gorillas auf F bei mir. Ich find, er ist ganz süß. Ich weiß seinen Namen gerade nicht. Aber er hat ein bisschen was. Cube. Auch viele Animal Crossing Wild World Verbindungen. Aber das reicht nur für C. Mh, das Schwein ist eigentlich ganz süß. Aber auch nicht süß genug. Kurt. Kurt, Kurt, Kurt. Kurt, du kommst hier hin. Ne. Ne. Tina natürlich S. Broni. Natürlich S-Tier. Ganz vorne. Dörte. Einfach schon iconic. Und cool. Deswegen kommt sie bei mir auf jeden Fall auf A. Eigentlich muss ich alles, was S, A und B ist, muss ich mindestens die Namen kennen. Ansonsten ist es eigentlich nicht worth it. Dörte auf S. Ich will auf jeden Fall, ich hab ja meinen Plan, eigentlich auch noch einen anderen Bewohner auf S zu machen, außer die Rehe. Aber für Dörte reicht's nicht. Ganz Lupo. Der kommt auf C. Dom kommt natürlich auf A. Ich mag ihn. Das ist halt so ein Drache. Ah, muss auch schon eigentlich B. Frauke. Auf C. Wir haben alle ihr Haus eingereicht, weil Happy Home Paradise. Er sieht cool aus mit seiner Narbe im Gesicht. Richtig mysteriös. Eigentlich muss ich wirklich... Ich hab ja noch mal wirklich mehr Hassbewohner teilweise. Manche sind auch wirklich gar nicht so schlimm. Ich muss da wirklich noch mal ein bisschen... Es gibt ja wirklich noch mal richtig Schlimme. Die kommen ja auch noch gleich. Die ich wirklich hasse. Das ist ja eigentlich nur F. Ja, ich glaub, das passt schon ein bisschen besser. Weil die find ich wirklich alle scheiße. Also wenn ich die auf meiner Insel hätte, würde ich heulen. So, jetzt haben wir hier Mischka. Sorry, Faser, aber die kommt auf A. Der kommt zu Anne. Du machst Mischka auf A und Annette auf B. Ja, mit Annette kann ich irgendwie nicht so viel anfangen. Also sie ist halt süß, aber sie ist für mich nicht A. Äh, Selina. Boah, ich muss leider ein bisschen hart sein. Und Selina ist bei mir nur A. Und Oswald ist bei mir auch nur A. Und Chelsea ist vielleicht bei mir auch nur A. Aki habe ich auch eine schöne Verbindung zu. Mein Bruder und ich haben uns früher immer ausgedacht, wie unser imaginärer Freund heißt. Und wir haben ihn Aki genannt damals. Deswegen, wir haben... Ich glaub, wir haben damals an den Animal Crossing Bewohner auch gedacht. Irgendwie sieht sie auch cool aus. Sie hat irgendwas von Tamala aus Palia. Bienchen! Okay, wenn ich halt so krass zu den Reden bin, dann kann ich Bienchen leider nicht auf S machen. Aber eigentlich ist sie für mich schon auch irgendwie S-Tier. Ja, Bienchen ist S-Tier eigentlich. Bienchen ist ein Classic Animal Crossing Bewohner und einfach... Ja, Mini muss ich das Video nochmal anschauen. Roland! Sonja! Nein, ich will das nicht. Sonja ist bei mir auf Platz A gelandet, okay? Sie ist süß. Sie ist süß. Oh, was geht bei ihm? Nee, die haben alle weniger Potenzial hier. Nee, was ist denn los? Ich wusste so, nee, die nerven mich teilweise auch. Wenn ich denen ins Gesicht gucke, dann denke ich mir so, nee, du hast es hier nicht verdient zu sein. Einfach nein. So. Ich hab irgendwie eine kleine Vorliebe für ihn. Er hat in meiner New Leaf-Stadt gewohnt auch eine sehr lange Zeit. Deswegen auf C. Auch wenn er komisch ist und er mich auch ein bisschen nervt. Ähm... Ja, ihr kommt hier alle hin. Hamid süß. Hamid B. Hans. Hans ist auch schon irgendwie cool. Hans ist der einzige coole Gorilla. Der hat nämlich so ein bisschen was von... Wie heißt diese Gestalt? Die niemand kennt, die so im Eisgebiet lebt. Heißt es Bigfoot? Yeti. Yeti. Ja, er hatte so ein bisschen Yeti-Vibes. Und was wieder cool ist. Wann ist Rudi bei F? Ja, Rudi, guck ihn dir doch einfach an. Guck ihn dir an, Marco. Boah. Also der muss sich auch mal ganz dringend rasieren. Also ganz im Ernst, Nadja, oder wie sie heißt, ist auch schon wieder iconic. Deswegen bei mir auch auf A. Daran sieht man, es geht nicht nur ums Aussehen, okay? Es geht auch einfach um den Vibe, den sie hier vermitteln. Oder Pinguin. Der Pinguin ist auch einfach ein Vibe, weil er diese krassen Augenbrauen hat. Ich weiß aber seinen Namen gerade nicht mehr. Der ist auf jeden Fall ein mieser Peter. Ich stehe auf Mono Braun. Ich finde Mono Braun sehr sexy. Guckt, wie kaum Männer oben in der Tierlist sind. Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Da ist Anton. Da ist Chang. Und hier ist Oswald. Und da ist Erik. Und Benjamin. Und ähm... Martin. Martin. Das ist eine Lüge. Hey, da bin ich wieder. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Ja, ich bin nicht so ein Fan von ihm. Ione. Das ist sein englischer Name wieder, oder? Aber B. B ist okay. Aber das ist Jan. Ja, Jan ist okay. Oh. Chi... Chi... Chibi? Chibi? Chibi ist eigentlich ganz süß. Aber Chibi. Warte mal, wo ist Chibi? Chibi mag ich ganz gerne. Die kommt wahrscheinlich noch... Oh mein Gott, das sind noch so viele. Okay, ich muss jetzt richtig... Mizutsu. A. Ja, wenn ich schnell mache, dann vertue ich mich. Jimmy. Das Einhorn. B. Guck, noch ein weiterer Mann oben. Kabuki. Auch B. Oh mein Gott, da habe ich direkt einen. Leonardo. Auf jeden Fall ganz, ganz weit vorne bei F. Also ganz, ganz unten. Bernd. Das Brot kommt auf C. Der muss ich auch mal ganz dringend rasieren. Eckart kommt auf A. Ich bin hart. Ich bin hart. Die Gorilla sehen wirklich alle aus, die Serienmörder. Ganz, ganz schlimm. Victor ist... Er ist ein Vibe. Er ist ein gutes B. Wie hieß sie aber nochmal? Ich weiß es nicht. Ich auch süß. Wenn Nora auf A ist, dann muss sie da aber auch hin. Aber ich habe ihren Namen vergessen. Wie hieß sie? Larissa. Stimmt. Sie wohnt doch auf meiner neuen Molissable-Insel. Aber okay. Das ist für mich dann doch eher ein B. Der Name Larissa. Mir ist jetzt irgendwie angefallen, die ist doch einfach mal ein B für mich. Mona. Mona ist für mich auch S-Tier. Der Mafia-Boss kommt auf C. Carlo oder so. Huschke ist für mich auch S-Tier. Ah, der ist auch süß. Berti oder so. Der ist ein Reo-Charakter. Kommt auf A. Ich glaube, wir müssen mal einen Bewohner-Test machen mit Namen, sonst nennst du es nicht richtig. Ey. Kannst du alle 400 Bewohner auswendig? Ich konnte es mal. Es ist auf jeden Fall schlechter geworden. Monika, auch S-Tier. Ich müsste mal eine Insel machen, wo ich keine Rehbewohner drauf haben darf. Insel nur mit F-Bewohnern. Oh mein Gott, das wäre auch eine Challenge. Ich würde heulen. Zenobi. Meine Maus. Habe ich auch schöne Erinnerungen mit ihr, aber für A reicht es tatsächlich nicht. Aber B. Angela? Ne, irgendwas mit A oder so. Aber ich mag sie echt gar nicht auch. Ah ne, das ist hier. Henrietta? Nein, Henrietta ist ja... Ist das Clara? Wer ist denn das? Knuspy, Knuspy. Genau, so war das. Ah, sie ist süß. Aber ich weiß ihren Namen nicht, deswegen C. Ottfried? C. Der macht mir ein bisschen Angst, aber trotzdem süß. Ah, ich will sie auch nicht so haten. Ah, das ist Friedel. Oh mein Gott, wen habe ich denn da hinten eingeordnet? Ich weiß noch gar nicht mehr, wo ich ihn hingemacht habe. Friedel ist süß. Mann, die sehen sich auch teilweise einfach alle ähnlich. Wo habe ich denn jetzt dieses eine Pferd hingemacht? Ah, hier, Emil ist das. Der kommt dann doch auf D. Ich wusste nämlich, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, viel auf D, aber viele auch auf C. Aber ist ja auch richtig so. Das muss ja immer weniger werden, weil es können ja nicht... Gaussische Verteilung, ne? Ich bewerte ja auch... Ich sehe ja nur den Kopf, ne? Es ist ja auch wichtig für die Bewertung, wie das Outfit ist. Das Outfit gehört ja auch mit dazu. So ein bisschen die Style-Bewertung. Und deswegen, wenn ich halt weiß, wer das ist und den Bewohner in der vollen Pracht vor meinen Augen habe, wegen dem Namen, dann, ja, ne? Kann ich mir das noch besser vorstellen. C. Hier, ne? Die Patricia. Ja, die Patricia kommt auch auf C. Keine Ahnung, wer du bist. Auch nicht mit dir. Sandrine. Auf B. Die Maus hat auch eine Schleife im Haar. Die kommt auch auf B. Wie heißt sie denn? Ja, komm, sie kommt auf C. Pietro. Gehasst und geliebt. Ich liebe ihn immer, als ich ihn hasse. Aber der kommt bei mir auf B. Bertram oder sowas auch wieder. Manche Bewohner, ich kann die nicht auseinanderhalten. Wie heißt sie nochmal? Hörnchen? Ne, warte mal. Rita? Ne. Trita. Trita. Trita finde ich eigentlich schon sehr süß. Trita kommt auf A. Toni? Ah ja, das ist Toni, stimmt. Das ist Bertram. Guck, ein bisschen zu gequält. Wenn er nett lächeln würde. Julian. Boah. Auch ein sehr geliebter Charakter. Aber ich kann Julian tatsächlich auch gar nicht so viel abgewinnen. Deswegen sorry. Sorry an alle Punchy-Fans. A.K.A. Jolly. Auf C mit dir. Oh. Gunnar. Ich bin auch kein Gunnar-Fan. Und ich schwimme gegen den Strom. Deswegen kommt er bei mir nur auf C. Er ist okay. Er hat nicht D verdient, aber höher kommt er bei mir auch nicht. Ich mag die Nashörner auch einfach nicht. Nashörner haben irgendwie auch was, was ich nicht mag. Der ist ein bisschen... Der ist ein kleiner Troll. Ein bisschen zu süß. Aber so kleine Baby-Trolls. So sehen die für mich in meinem Kopf aus. Iconic? Iconic? Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Rilla. Rilla, Alter. Rilla, du kommst auf A. Rilla ist Iconic. Ja, Rilla ist halt Hello Kitty. Sie stellt Hello Kitty dar. Sie muss auf A. Oh Gott. Roland oder so. Ich habe das Video eben gerade angemacht. Aber C. C, C, C. Auch Iconic Queen. Also es gibt ein, zwei Gorilla. Und die sind Iconic. Und Katrin. Katrin gehört auch dazu. Ich würde Katrin einfach auch fast auf S-Tier machen. Weil ich finde sie wirklich toll. Ich würde sie auch immer auf meine Insel einladen. Wenn ich noch eine Insel hätte. Doch, ich finde sie toll. Ich finde sie super. Roland. Ja, Roland kann. Komm, wir machen ihn auf B. Ich war mir nicht sicher, ob das Roland ist gerade. Das ist so ein Problem. In echt sieht er auch süßer aus als auf dem Bild gerade. Oh, der macht mir Angst. Rubina, der Hase ist auch ganz süß. Heinz. Warte mal, ist das Samson gewesen? Mann, der sieht einfach aus wie der andere. Das ist Fritzi. Stimmt. Fritzi und Samson C, passt beides. Wie hieß er nochmal? Der einer der neuen Bewohner. Auch süß. Für mich aber auch eher nur B. Sherp. Sherp muss S-Tier. Leider. Auch für mich eher B. Ich kann ihn nicht auf A tun für mich. Sherp my goat. Nee, nee. Er ist für mich. Ja, das ist ganz klar. Yoshi no S-Tier. Mann, die Krokodile, mit denen kann ich echt auch gar nichts anfangen. Philipp. Ja, ich will ihn schon fast. Ich habe eine Bindung zu ihm, zu Philipp. Er kommt auf B auch. Der wohnt auf, auch auf Melissa Bill. Aber ich weiß seinen Namen auch nicht mehr. Mann, ey. Nee, muss nicht sein. Muss auch nicht sein. Oh, Barry. Barry ist für mich auch ein S-Tier-Bewohner. Einfach schon so lange. Du kannst auf C, weil du siehst süß aus. Nee. Nee. Zita. Was geht bei Zita eigentlich? Frage ich mich auch manchmal. Das ist Bonnie oder so. Aber die nervt mich auch irgendwie. Tatjana auch ganz klar auf F. Tanja. Tanja wiederum. B. Uh, der neue Affe. Tiancheng. Tiancheng ist eigentlich auch cool. Kommt bei mir auf B. Hab aber noch nicht so viele Berührungspunkte mit ihm gehabt. Sie ist late. Deswegen kommt sie auf C. B. Angela. C. Auch. Oh, wir sind gleich fertig. Einfach nur, weil du ein Sanrio-Bewohner bist. Kommst du auch auf C. Oh. Wie heißt sie nochmal? Auch ein Sanrio-Bewohner. She's cute, though. Atze. Oh. Allein dafür, dass er so einen atzigen Namen hat, muss Atze halt eigentlich auch auf C. Ich bewerte wirklich ein bisschen nach Namen. Namen sind auch wichtig. Aber wie heißt dann mal die süße Maus hier? Weil ich muss ihren Namen wissen. Sonst darf sie nicht auf B. Der ist schon irgendwie auch wieder cool. Das ist ein Mammut. Auch cool. Etoile. Etoile. Ja. Stimmt. Das ist Chibi. Chibi reicht aber trotzdem nur für C. So. Ganz schlimm. Sorry. Dolly. Dolly, meine süße Maus. Du kommst auf B. Ich hab dich lieb. Der hört mich an einen Wrestler. Der Affe hat was. Ich weiß den Namen nicht, aber du kommst auf C. Wie heißt sie? Ah. Irgendwas war da. Das ist, ich kann dir die Amiibo-Karte sagen. Das ist die erste Wohnmobil-Amiibo-Karte. Vivian. Vivian. B. Wladimir. Wladimir heißt er. Staxi. Staxi ist einer der süßesten Pinguine. Staxi kommt A. Ja. Vielleicht war ich doch ein bisschen fies zu Sherp. Sherp ist ein echt süß. Sherp kommt auch auf A. Der zweite A-Pinguin akzeptabel. Hab ich zwei? A. Ist noch ein Pinguin? Ah, Sonja. Ja, Sonja ist auch süß. Wally. Wally. Hat auch lange bei mir in Ami-Christin-Wild-World gewohnt. Aber ich mag sie tatsächlich nicht so gerne. Ich verwechsel manchmal. Weber ist das, ne? Weber. Nee, sorry. Walter. Mein Schatzi-Bubu. Kommt natürlich auch ganz oben hin. Otto K. Otto K kommt auf jeden Fall auch bei A hin. Otto K ist ein Süßmaß. Okay, lass mich einfach nochmal ganz kurz schauen. So, S-Tier. Ich muss so ein bisschen differenzieren. Ich muss, glaube ich, Benjamin auch eins runternehmen. Einfach nur, der passt nicht so gut ins Farbschema rein. Ich liebe die natürlich trotzdem. Die S-Bewohner und die A-Bewohner liebe ich beide. Vielleicht ist Nadja ein bisschen zu hoch. Aber ich finde sie auch iconic, ja. Sie muss eins runter. Tut mir leid. Warte mal, was ist mit dem da in mich geraten, den auf B zu machen? Ganz schnell weg. Wie bist du denn hergekommen? Ah, der Leid muss auch runter. Was geht bei dir? Und du auch. Und du auch. Warum ist er da? Basti. Müssen wir mal kurz gucken. Ja. Okay, ich muss Julian. Das war ein bisschen fies, dass ich so fies zu Julian war. Wo ist er? Wo ist Julian? Julian würde ich doch auch auf B machen. Habe ich ihn auf C gemacht? Warte, ich sehe gar nichts mehr. Links bei C. Ah, ja. Ja, Julian muss doch auf, habe ich jetzt gesagt, auf B. Ja, so ist das eigentlich echt okay. Susi ist halt wirklich nur da, weil sie am gleichen Tag Geburtstag hat wie ich. Annette und Zenobi A, bitte. Dass sie B sind, ist schon sehr lieb von mir. Garret in B. Ja, Garret ist süß, aber er ist für mich nicht A. So, gucken wir nochmal hier. C ist eigentlich auch schon zu viel. Cube mag ich eigentlich auch ganz gerne, aber ja. Du musst da eigentlich nochmal runter, tut mir leid. Ja, das passt, glaube ich. Ah, Kurt, da war ich ein bisschen zu fies. Ah, ich glaube, das passt. Okay, einmal noch die Hassbewohner überprüfen. Leonardo, Katharina, Hubertus oder so. Ihn hasse ich auch. Rudi finde ich auch scheiße. Ihn finde ich, die sehen einfach scheiße aus. Die machen mich sauer. Aber er kann eigentlich, er kann eigentlich D. Aber ich würde ihn auch, ich würde einfach heulen, wenn ich die alle als Bewohner hätte. Ja. Nee, komm, du gehörst auch schon echt hierher. Ich habe auch ein bisschen was gegen Bärte, wie ihr sehen könnt. Nichts an die Leute, die einen Bart haben. Ihr seid trotzdem toll. Ja, Katharina könnte echt hoch, aber it's for the meme. So, schauen wir uns das mal in Gesamtansicht an. Wow. Wow. Okay. Save. Ich will nichts leaken. Download Image. Ja, Leute. Das ist meine offizielle Bewohner-Tierlist. Ihr könnt ja auch eure eigene machen. Würde mich interessieren. Falls ihr die Muße habt, euch das zu geben. Und dann in den Discord schicken. Irgendwie sieht das zu wenig aus. Waren das wirklich alle Bewohner? Mein Herzblut immer in Mona in S. Ja, Leute. Ey, ich habe echt versucht, nicht nur Rehbewohner ein S-Tier zu machen, okay? Ich habe mir Mühe gegeben. Du machst hässlich und schöne Bewohner auf gleiche Höhe. Es geht ja auch um die inneren Werte und die Geschichte, die die Bewohner erzählen, okay? Und Katrin, sie erzählt eine sehr bewegende Geschichte. Ja, für mich erzählt sie die Geschichte eines Bewohners, der nicht den Beauty-Standards entspricht. Und trotzdem eine coole Maß ist, okay? Für mich ist die S-Tier. Für mich ist die S-Tier.